Was bedeutet das jetzt konkret? Von dem gesuchten geometrischen Ort und dieser Punkt soll so sein, dass dieser Abstand minus dieser Abstand eine konstante Zahl ergibt im Betrag. Wieso im Betrag? Das bedeutet hier zum Beispiel, wenn man 5 minus 3 rechnet, so erhält man 2 und der Betrag von 2, das ist 2. Wenn wir aber die 3 minus die 5 rechnen, so erhalten wir minus 2 und der Betrag von minus 2 ist auch 2. Deshalb sagt man hier, es soll der Betrag der Differenz der zwei Abstände sein. Das heißt, dieser Abstand minus dieser Abstand soll eine konstante Zahl sein im Betrag. Ob wir jetzt den großen minus den kleinen oder den kleinen minus den großen rechnen, im Betrag ergibt das dieselbe Zahl L. Konstruieren wir jetzt diesen geometrischen Ort. Wir nehmen zwei Kreise, einen Kreis mit Zentrum F1 und mit Radius dieser Größe und den zweiten Kreis mit Radius dieser Größe. Und wenn wir von dem großen roten Radius hier den kleineren blauen Radius abziehen, so bleibt diese Zahl übrig. Also dieser Abstand minus dieser Abstand, das ist diese Zahl L. Da wo die beiden Kreise sich schneiden, müssen also Punkte des gesuchten geometrischen Ortes sein. Denn, nochmal, diese Distanz minus diese Distanz ergibt die Zahl im Betrag. Ob wir jetzt die große minus die kleine machen oder die kleine minus die große, im Betrag ergibt das dieselbe Zahl L. Also sind diese zwei Schnittpunkte der beiden Kreise Punkte des geometrischen Ortes, den wir suchen. Machen wir die Kreise jetzt weg und jetzt wählen wir wieder zwei Kreise mit den Radien so eingestellt, dass der rote Radius minus der blaue Radius wieder diese Zahl L ergibt. Da wo die beiden Kreise sich schneiden, also da und da, das müssen Punkte des geometrischen Ortes sein. Dann nehmen wir die Kreise weg und wählen jetzt zwei andere Radien, rote Radius minus blaue Radius, die sind noch da oben dargestellt. Der rote Radius minus der blaue Radius ergibt wieder diese konstante Zahl L. Da wo diese beiden Kreise sich schneiden, das müssen Punkte dieses geometrischen Ortes sein. Kreise weg. Wir haben hier schon 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte des Ortes konstruiert und dann machen wir das auch weiter. Wir wählen zwei Radien genau so, dass der rote minus der blaue diese konstante Zahl L ergibt. Somit konstruieren wir diese zwei Kreise. Da wo diese schneiden, müssen Punkte des Ortes sein. Kreise weg. Nochmal zwei solche Kreise. Und hier, diese zwei Kreise schneiden sich in einem einzigen Punkt, das ist hier der Berührungspunkt, weil die beiden Kreise außen tangent sind. Schnittpunkt von den Kreisen ist da, Kreise wieder weg. Bisher hatten wir immer den linken Radius größer genommen als den rechten Radius. Jetzt machen wir es andersrum. Jetzt nehmen wir den rechten Radius größer als den linken. Sie sind aber immer noch so gewählt, sodass der blaue, der große blaue minus der rote, der kleine rote, diese konstante Zahl L ergibt. Da wo die beiden Kreise sich schneiden, müssen Punkte des geometrischen Ortes sein. Kreise weg. Andere Kreise hin. Schnittpunkte. Kreise weg. Und so weiter. Kreise hin. Schnittpunkte. Kreise weg. Kreise hin. Schnittpunkte. Kreise weg. Ein letztes Mal. Hier sind die Radien so eingestellt, dass diese Kreise wieder außen tangent zueinander sind, sodass sie sich nur in diesem Punkt schneiden. Und die Radien sind trotzdem so, dass der blaue Radius minus der rote Radius diese Zahl L ergibt. Also erhalten wir auch da einen Punkt des gesuchten geometrischen Ortes. Je nach diesen erhaltenen Punkten hier, können wir schon erahnen, dass der geometrische Ort eine Hyperbel ist. Was ist denn nun eine Hyperbel? Eine Hyperbel, H, das ist der geometrische Ort aller Punkte P, für die der Betrag der Differenz der Abstände von zwei festen angegebenen Punkten F1 und F2 konstant ist. Genau so wurden all diese Punkte konstruiert. Diese zwei angegebenen Punkte F1 und F2 nennen wir die Brennpunkte der Hyperbel. Solche hyperbelförmige Linien entstehen zum Beispiel durch die Interferenz zweier gleichphasigen Kreiswellen, wie hier an einer Wasseroberfläche. An diesem Punkt entsteht eine Kreiswelle, an diesem Punkt auch. Und an dieser Wasseroberfläche können wir hier deutlich hyperbelförmige Linien erkennen, die durch die Interferenz dieser zwei Wellen entstehen. Genau so wird nämlich eine Hyperbel konstruiert. Wir möchten jetzt von solch einer Hyperbel zuerst einmal eine kartesische Gleichung erstellen und anschließend auch noch die kartesische Gleichung der Tangente an einem Hyperbelpunkt. Genau das werden wir jetzt hier in Angriff nehmen. Zuerst die kartesische Gleichung einer Hyperbel. Angegeben sind also die zwei Brennpunkte der Hyperbel und diese konstante Zahl, die wir eben L genannt hatten, zur kartesischen Gleichung der Hyperbel, nennen wir diese Zahl zweimal A. Woraus wir also schließen können, dass A eine streng positive Zahl sein muss. So entsteht diese Hyperbel als geometrischer Ort aller Punkte P, für die der Betrag der Differenz von diesen zwei Abständen die konstante Zahl 2A ergibt. Jetzt wählen wir ein Bezugssystem. Den Ursprung setzen wir genau in der Mitte von der Strecke F1 und F2. So, und wir wählen die X-Achse so, dass sie diese zwei Brennpunkte enthält. Dementsprechend ist dann auch die Y-Achse bestimmt. In diesem Bezugssystem haben P als Koordinate XY, F2 als Koordinate C0, also hier wird die Zahl C definiert, als Abstand von dem Ursprung bis zu diesem Punkt. Da wir den Ursprung in der Mitte von F1 und F2 gelegt haben, ist die Zahl C, also die Hälfte vom Abstand zwischen diesen zwei Brennpunkten. Der Abstand zwischen F1 und F2 beträgt also hier 2C. Legen wir los mit der kathesischen Gleichung. Solch ein Punkt P mit Koordinate XY gehört zu dieser Hyperbel. Das bedeutet durch die Definition, dass der Betrag der Differenz der zwei Abstände von diesem Punkt P zu F1 und F2 eine konstante Zahl ergibt, die wir 2A genannt haben. Wenn der Betrag von dieser Differenz 2A ist, dann bedeutet das, dass diese Differenz entweder 2A ist oder minus 2A ist. Ich schreibe es mal hin. Ein konkretes Beispiel. Wenn der Betrag von einer Zahl 8 ergibt, dann muss die Zahl selbst entweder 8 oder minus 8 sein. Denn nur der Betrag von 8 und der Betrag von minus 8 ergibt 8. Also hierdraus können wir schließen, dass die Zahl selbst entweder plus 2A ist oder minus 2A ist. Der Abstand zwischen zwei Punkten wird durch Pythagoras so berechnet. Hier geht es um P und F1. Hier zwischen Klammern schreiben wir also die Differenz der Absissen dieser zwei Punkte. Es geht um P und F1. Die Absissen sind x und minus c. Ihre Differenz ist also x minus minus c. Das heißt x plus c. Die Ordinaten sind y und 0. Ihre Differenz ist also y minus 0. Das heißt y. Die zweite Distanz ist hier schon rechts rüber gesetzt worden, also mit einem Plus versehen. Und der Abstand zwischen P und F2 berechnen wir genau wie eben Absisse minus Absisse im Quadrat plus Ordinate minus Ordinate im Quadrat. Und von der Summe dieser zwei Quadrater rechnen wir die Quadratwurzel. Genau wie bei der Ellipse werden wir jetzt versuchen, diese zwei Quadratwurzeln loszuwerden. Das erreicht man, indem man beidseitig im Quadrat erhebt, aber diese Quadratwurzel wird wegen dem Doppelprodukt noch übrig bleiben. Rechnen wir zuerst einmal das Quadrat von beiden Seiten. Das Quadrat von dieser Quadratwurzel, das ist der Radikant. Dieser Radikant wurde ausgerechnet durch binomische Formel a plus b im Quadrat. Das ergibt a Quadrat plus b Quadrat plus 2ab. Und y Quadrat wurde einfach abgeschrieben. Jetzt hier rechts. Vorsicht, wir müssen das Quadrat von dem Ganzen hier rechnen. Das heißt, wir rechnen das Quadrat von dieser Zahl steht da plus das Quadrat von dieser Zahl steht von da bis da, indem wir den Radikanten wieder ausgerechnet haben. Und dann kommt noch plus minus das Doppelprodukt. Also plus minus 2 mal 2a mal diese Wurzel steht da. Das ist wieder eine recht lange Gleichung, die wir aber sehr schön vereinfachen können, denn hier ist das Ist-Zeichen. Links vom Ist-Zeichen steht x Quadrat. Rechts vom Ist-Zeichen aber auch. Also können wir die beiden streichen. Sie sind schon weg. Links steht c Quadrat. Rechts aber auch. Auch die beiden können wir weg streichen. Links steht y Quadrat. Rechts aber auch. Dann dürfen die auch weg. Links vom Ist-Zeichen steht plus 2cx. Und rechts vom Ist-Zeichen steht minus 2cx. Die dürfen wir also nicht streichen. Was wir aber machen können, ist dieses minus 2cx da wegnehmen. Es links rüber setzen. Dann wird das dazu plus 2cx. Und dann steht links 2cx plus 2cx. Also 4cx. Wir werden dieses minus 2cx hier weg streichen. Und hier schreiben wir dann 4cx. Das ist gemacht. Die Gleichung, die noch übrig bleibt, besteht aus diesem Term, diesem und diesem hier. Wir sehen aber deutlich, dass wir alle drei Termen noch durch 4 teilen können. Dann tun wir das auch. Hier steht a Quadrat. Da steht a. Also hier rechts könnten wir noch durch a teilen. Wir werden das auch machen. Aber links ist kein a. Also müssen wir hier geteilt durch a hinschreiben. Wir werden diese gesamte Gleichung, die jetzt noch übrig bleibt, noch durch a teilen. Das ist gemacht. Hier ist der Faktor a weg. Hier stand a hoch 2. Das Quadrat ist gestrichen worden. Ein a bleibt übrig. Und auf der linken Seite vom Ist-Zeichen haben wir ebenfalls durch a geteilt. Jetzt werden wir noch dieses a links rüber setzen. Dann steht links cx geteilt durch a minus a und rechts steht plus minus diese Quadratwurzel. Die beiden Seiten dürfen wir dann natürlich noch vertauschen. Wenn a gleich b ist, dann ist b dasselbe wie a. Selbstverständlich. Und dieses plus minus wird mit der Wurzel zusammen verschwinden, wenn wir das Ganze nochmal im Quadrat erheben. Das tun wir auch. Das Quadrat der linken Zahl muss gleich sein zum Quadrat der rechten Zahl. Ist gemacht. Plus minus mit der Wurzel entfallen durch das Quadrat. So bleibt nur noch dieser Radikant, der hier ausgerechnet wurde. Und hier rechts wenden wir wieder binomische Formel an. a minus b im Quadrat ergibt a Quadrat, steht da, plus b Quadrat, steht da, minus 2ab, steht da. Hier steht minus 2cx und da auch. Die entfallen, die beide. Und jetzt setzen wir alle x Quadrat und y Quadrat Terme auf die linke Seite und die unabhängigen Terme auf die rechte Seite. Ist gemacht. Übrigens, wenn wir diesen Term nach links setzen, dann wird das minus c Quadrat x Quadrat auf a Quadrat. Und auf der linken Seite stand x Quadrat. x Quadrat habe ich hier auf 1 gesetzt und dann gleichnamig mit diesem Bruch gemacht. Dann wird das also a Quadrat x Quadrat auf a Quadrat. Und dann können wir durch diese beiden Termen x Quadrat auf a Quadrat ausklammern. Zwischen Klammern bleibt dann noch a Quadrat minus c Quadrat. Und genau dieselbe Zahl erscheint auch hier rechts. Um diese Gleichung noch etwas zu vereinfachen, könnte man diese Differenz a Quadrat minus c Quadrat b Quadrat nennen. Aber wir müssen überprüfen, ob a Quadrat minus c Quadrat auch größer gleich Null ist. Denn nur in diesem Falle dürfen wir diese Differenz gleich zu b Quadrat stellen. Schauen wir mal in diesem blauen Dreieck. Wie wir wissen, in jedem Dreieck gilt die Dreiecksungleichung. Und zwar, dass jede Seite kürzer sein muss als die Summe der zwei anderen Seiten. Das schreiben wir schon mal für pf1 auf. Diese Seite pf1 muss kürzer sein als die Seite plus die Seite. Das schreiben wir schon mal hin. Der Abstand zwischen p und f1 muss streng kleiner sein als der Abstand zwischen f1, f2 plus Abstand zwischen f2 und p. So, daraus können wir schließen, dass f1, p minus f2, p streng kleiner sein muss als f1, f2. Wir haben hier einfach diese Zahl links rüber gesetzt. So haben wir links f1, p minus f2, p und rechts bleibt nur noch f1, f2. Wir werden genau dasselbe machen für diese Seite von dem Dreieck. Diese Seite pf2 muss streng kleiner sein als die Summe der zwei anderen Seiten. Das führt dann sofort zu dieser Ungleichheit. Die Seite f2, p ist streng kleiner als die Seite f1, f2 plus die Seite f1, p. Dreiecksungleichung. Und daraus können wir schließen, dass f2, p minus f1, p streng kleiner sein muss als f1, f2. Das Dreieck brauchen wir jetzt nicht mehr. Schauen wir, was wir da erhalten haben. Wir erhalten hier, dass diese Zahl streng kleiner ist als f1, f2. Und minus diese Zahl, das heißt die da, ist auch streng kleiner als f1, f2. Also wenn eine Zahl streng kleiner ist als diese Zahl und minus die erste Zahl auch streng kleiner ist als diese selbe Zahl, dann können wir daraus schließen, dass der Betrag von dieser Zahl streng kleiner sein muss als diese Zahl. Warum reden wir hier vom Betrag? Weil der in der Definition der Hyperbe vorkommt. Der Betrag dieser Differenz ist also die Zahl 2a. Und der Abstand zwischen f1 und f2, dieser Abstand, das ist die Zahl c plus die Zahl c, dieser Abstand, das ist 2c. Daraus können wir also schließen, dass 2a streng kleiner sein muss als 2c. Und demzufolge wissen wir, dass c minus a streng positiv sein muss. So wie a und c definiert wurden, wissen wir, dass beide streng positive Zahlen sind. Wenn c streng größer ist als a und die beiden Zahlen sind streng positiv, dann können wir daraus schließen, dass c² streng größer sein muss als a². Und daraus wiederum schließen wir, dass c² minus a² streng positiv ist. Warum haben wir diese Rechnung gemacht? Wir wollten eigentlich a² minus c² gleich b² stellen, mussten aber dafür sicher sein, dass diese Zahl auch größer gleich 0 ist. Ist sie aber nicht. c² minus a² ist streng positiv. Daraus schließen wir, dass a² minus c² eine streng negative Zahl ist. Also dürfen wir die auch nicht b² nennen. Dann nennen wir sie eben minus b². Das dürfen wir wohl tun. Tun wir das. Wir nennen also die Zahl c² minus a² gleich b². Das heißt, a² minus c² ist minus b². Und wir dürfen von dieser Zahl b verlangen, streng positiv zu sein. Wie sieht dann unsere Gleichung hier aus? Diese Gleichung wird dann zu minus b² x² auf a² plus y² gleich minus b². Die Gleichung sieht dann so aus. Und diese Gleichung werden wir jetzt noch durch minus b² teilen. Und wir sind sicher, dass wir das dürfen, weil b ja nicht 0 ist. b ist streng positiv. Also ist b² auch streng positiv und minus b² ist streng negativ. Auf jeden Fall nicht 0. Also dürfen wir teilen und erhalten so die kartesische Gleichung in dem so gewählten Bezugssystem. Die ist sehr einfach zu behalten. Wir halten sie auch hier sofort fest und erkennen jetzt schon, die ist ungefähr gleich zur Ellipsengleichung. Nur bei der Ellipse steht hier ein Plus und bei der Hyperbe steht zwischen den zwei Brüchen ein Minus. Behalten wir auch den Zusammenhang zwischen a, b und c. b², das ist c² minus a². Ich setze hier noch dieses Minus a² links rüber, so dass der Zusammenhang am Satz des Pythagoras erinnert. Halten wir das schon mal so fest. Machen jetzt Platz für folgendes. Um die Zahlen a und b besser deuten zu können, bestimmen wir die Schnittpunkte der Hyperbe mit der x-Achse und diese Schnittpunkte, da und da, müssen als Koordinate minus a0 und a0 haben. Wieso? Schnittpunkte der Hyperbe mit der x-Achse, das sind Punkte, die liegen auf der Hyperbe, also müssen sie die Hyperbe-Gleichung erfüllen. Die liegen aber auch auf der x-Achse, also müssen ihre Koordinaten auch die Gleichung der x-Achse erfüllen. Somit bilden wir also dieses Gleichungssystem, Gleichung der Hyperbe und Gleichung der x-Achse. In dieser Gleichung ersetzen wir also y durch 0. Das führt dann sofort zu x² auf a² minus 0 gleich 1. Jetzt setzen wir a² rechts rüber. Dann haben wir x² gleich a². Und demzufolge muss x also plus minus a sein. Woraus wir also schließen, dass die Hyperbe die x-Achse in diesen zwei Punkten schneidet. Dieser Punkt hat als Koordinate a0. Wir wissen ja, dass a eine streng positive Zahl ist. Und dieser Punkt hat als Koordinate minus a0. Durch diesen Abstand a können wir effektiv schön testen, dass diese Distanz hier a ist und diese Distanz ist ebenfalls a durch die Symmetrie. Okay, dann versuchen wir noch Schnittpunkte mit der y-Achse zu bestimmen. Aber schon in der Zeichnung sehen wir, dass da überhaupt keine sind. Die Bestimmungsschnittpunkte mit der y-Achse wird also nicht zur Zahl b führen, wie das bei der Ellipse war. Wir überprüfen trotzdem diese Erkenntnis allgebraisch. Hyperbegleichung, Gleichung der y-Achse. In der Hyperbegleichung können wir x sofort durch 0 ersetzen. Und das führt dann sofort zu 0 minus y² auf b² gleich 1. Woraus wir also schließen, dass minus y² gleich b² sein muss. Diese Gleichung hier wäre nur möglich, wenn y und b beide gleich 0 wären. b ist aber nicht 0. b ist eine streng positive Zahl, wie wir eben bestimmt haben. Also ist diese Gleichung unmöglich in der Menge r. Diese Berechnung hier führte also nicht zur geometrischen Deutung der Zahl b, wie das bei der Ellipse der Fall war. Halten wir trotzdem hier fest, dass wir die geometrische Deutung von c kennen. Denn c ist der Abstand zwischen Ursprung vom Bezugssystem und Brennpunkt. Brennpunkt rechts, sowie natürlich auch Brennpunkt links. Diese Hyperbel ist nicht der Graph einer Funktion. Denn durch dieses Hyperbelgesetz würde z.B. dieser Zahl eine Zahl zugeordnet und eine zweite Zahl zugeordnet. Eine Funktion ordnet jede reelle Zahl aber höchstens eine reelle Zahl zu, niemals zwei. Also ist solch eine Hyperbel nicht der Graph einer Funktion. Eine Hyperbel besteht aber aus zwei Funktionsgrafen. Und um diese Funktionen herauszufinden, nehmen wir die Hyperbelgleichung und lösen die nach y auf. Zuerst wurde sie hier nach y² aufgelöst, ist gemacht. Und jetzt wird noch dieses Quadrat rechts rüber gesetzt, wo es zu Plus-Minus-Quadratwurzel wird. Die Quadraturzel von b², das ist b, weil b streng positiv ist. Und die Quadraturzel von a², das ist a, weil a streng positiv ist. Und dann bleibt hier noch die Quadratwurzel von dieser Differenz übrig. Und wir erkennen hier sofort die beiden Funktionen. Die eine versehen mit dem Plus und die andere versehen mit dem Minus. Bei der ersten grünen Funktion hier erkennen wir deutlich, dass alle y-Werte größer gleich 0 sein müssen. b ist streng positiv, a ebenfalls und eine Quadratwurzel ist immer größer gleich 0. Also die y-Werte für die Funktion f1 sind alle größer gleich 0. Deshalb kann die grüne Funktion nur der obere Teil der Hyperbel sein. Und bei der roten sehen wir, dass alle y-Werte kleiner gleich 0 sein müssen. Also die rote Funktion entspricht diesem Hyperbelteil, der unterhalb der x-Achse liegt. Die Funktion f1 von x hat zwei schräge Asymptote. Eine bei Minusunendlich mit kartesischer Gleichung y gleich minus b auf a mal x. Und die zweite bei Plusunendlich mit kartesischer Gleichung y gleich b auf a mal x. Diese rote Funktion hat ebenfalls zwei schräge Asymptote. Und zwar bei Minusunendlich mit kartesischer Gleichung y gleich b auf a mal x. Das ist genau dieselbe Gerade wie diese Asymptote der grünen Funktion bei Plusunendlich. Und die Asymptote bei Plusunendlich von der roten Funktion, das ist auch genau dieselbe Asymptote wie die bei Minusunendlich für die grüne Funktion. Es reicht eigentlich, wenn wir eine dieser schrägen Asymptote bestimmen, denn für die anderen ist die Rechnung genau gleich. Also nehmen wir mal die Funktion f1 und berechnen ihre schräge Asymptote bei Plusunendlich. Dazu bestimmen wir zuerst die Zahl m. Die Zahl m, das ist der Grenzwert bei Plusunendlich von f1 von x geteilt durch x. Zuerst ersetzen wir f1 von x durch das, was es ist, ist gemacht. Diese Konstante Zahl b auf a, die multipliziert, fliegt also als multiplikative Konstante raus. Sie multipliziert jetzt vor dem Grenzwert. Und hier bleibt dann Grenzwert bei Plusunendlich von dieser Quadratwurzel geteilt durch x. Da x gegen Plusunendlich strebt, dürfen wir im Radikanten hier, der ja ein Polynom ist, nur den Term der höchsten Potenz berücksichtigen, also bleibt nur noch x² zu berücksichtigen. Vorsicht, die Quadratwurzel von x², das ist nicht x, sondern die Quadratwurzel von x², das ist x, wenn x positiv ist, und es ist minus x, wenn x negativ ist. Wir wissen hier aber, dass x gegen Plusunendlich strebt. Also ist x auch positiv, und deshalb ist diese Quadratwurzel von x² gleich x. Würde x gegen Minusunendlich streben, dann müssten wir sagen, Quadratwurzel von x² gleich Minus x. Hier ist es aber x, somit bleibt nur noch Grenzwert bei Plusunendlich von x geteilt durch x. Eine Zahl, geteilt durch sie selbst, ergibt immer auch 1, außer bei 0 auf 0. x ist aber nicht 0, x ist von 0 ganz weit entfernt. x strebt dagegen Plusunendlich. Also ergibt dieser Bruch hier 1, und der Grenzwert dieser Konstanten 1, das ist die Konstante 1, und diese Konstante 1 mal b auf a, das ergibt als m-Wert b auf a. Jetzt bestimmen wir noch den p-Wert. Dazu rechnen wir Grenzwert, wenn x gegen Plusunendlich strebt, von f1 von x minus die gerade gefundene Zahl m, also b auf a, mal x. Zuerst ersetzen wir f1 von x durch das, was es ist, steht da oben. In dieser Differenz hier können wir b geteilt durch a ausklammern. Also setzen wir den Faktor b geteilt durch a vor diese Klammer, und dann kann diese Zahl b auf a, die ja multipliziert, vor dem Grenzwert multiplizieren, steht da. Hier drin bleibt dann nur noch diese Quadratwurzel minus x. So, wenn wir aber jetzt x durch Plusunendlich hier drin ersetzen, erhalten wir die Unbestimmtheit Unendlich minus Unendlich. Um die zu beheben, machen wir hier draus einen Bruch. Wir setzen das Ganze geteilt durch 1, und multiplizieren diesen Bruch dann unten und oben mit dem konjugierten Binom von diesem Binom. Warum macht man das? So kann man oben die Binomische Formel anwenden, a minus b mal a plus b, das ergibt a Quadrat, das Quadrat von dieser Quadratwurzel, das ist der Radikant x Quadrat minus a Quadrat, und dann noch minus b Quadrat, also minus x Quadrat. Die beiden x Quadrat-Termen streichen sich weg. Wenn wir dann noch x durch Plusunendlich ersetzen, erhalten wir hier unten Plusunendlich plus Plusunendlich, das macht also Plusunendlich, und die konstante Zahl minus a Quadrat geteilt durch Plusunendlich ergibt als Grenzwert 0. Somit erhalten wir also für die Funktion f1 bei Plusunendlich die schräge Asymptote mit karthesischer Gleichung y gleich m mal x plus p, also y gleich m b auf a mal x plus p, plus 0. Das heißt y gleich b auf a mal x. Die Funktion f1 hat bei Plusunendlich die schräge Asymptote mit karthesischer Gleichung y gleich b auf a mal x. Die drei anderen Asymptoten rechnen sich auf gleicher Weise. Also lassen wir die Rechnung mal kurz weg und deuten jetzt diese Asymptote. Dazu zeichnen wir zuerst einmal die Zahl b. Wir kennen a und wir kennen c. Durch diese Formel kennen wir also auch den Wert von b. Der wird auch häufig durch die karthesische Gleichung der Hyperbel angegeben. So können wir also leicht den Punkt mit Koordinate a, b einzeichnen. a, b. Davon zeichnen wir das Spiegelbild durch die y-Achse. Davon das Spiegelbild durch die x-Achse. Und hiervon auch das Spiegelbild durch die x-Achse. Und so erhalten wir dieses gelbe Rechteck. Jetzt braucht man nur noch die Diagonalen zu verlängern. Und somit erhalten wir sehr einfach diese zwei schrägen Asymptote. Das sind diese hier. Hier sind es zwar vier, aber das ist dieselbe wie die und das ist dieselbe wie die. Also insgesamt haben wir nur zwei Asymptoten zu konstruieren. Hier sehen wir also deutlich die Deutung von a. a, das ist diese Zahl da. Von o bis zu dem Schnittpunkt hin. Und wir sehen auch die Deutung von b. Das hier oben ist doch die Beziehung zwischen Hypotenuse und Katheten in einem rechtwinkligen Dreieck. Die Kathete A ist hier eingezeichnet. Die Kathete B ist da eingezeichnet. Also eignet sich dieses blaue Dreieck, um die Hypotenuse C zu zeichnen. Aber die Zahl C, das ist der Abstand zwischen Ursprung vom Bezugssystem und Brennpunkt. Diese Strecke hat also als Länge C. Jetzt setzen wir den Punkt T da oben hin, genau am Punkt mit Koordinate 0b. So. Und jetzt drehen wir diesen Punkt R um den Punkt T. Ähnlich wie mit einem Zirkel. Und stellen effektiv fest, dass die Hypotenuse von diesem Dreieck genauso lang ist, wie der Abstand zwischen Ursprung vom Bezugssystem und Brennpunkt. Übrigens, die Zahlen A und C habe ich hier als Schieberegler eingezeichnet. Wir können also A und C schön verändern. Schauen wir, wie sich dann die Hyperbel mit verändert. Wenn wir A vergrößern, dann bedeutet das, dass dieser Abstand hier größer wird. Machen wir das mal. Das stimmt. Wenn wir C jetzt zum Beispiel verkleinern, dann bedeutet das, dass der Abstand zwischen den zwei Brennpunkten kleiner wird. Der Abstand zwischen den zwei Brennpunkten ist 2C. Also, wenn wir C verkleinern, dann verkleinert sich auch 2C. Schauen wir nach, scheint zu stimmen. Übrigens, wenn man das Bezugssystem anders wählt, als wir es hier gemacht haben, dann findet man selbstverständlich auch eine andere kartesische Gleichung. Wenn man das Bezugssystem so wählt, dass F1 diese Koordinate hat und F2 diese Koordinate hat, und dass die Länge L zweimal Wurzel 2 ist, das bedeutet, dass A gleich zu Wurzel 2 ist, dann findet man als Hyperbel-Gleichung diese da. Also, wenn das Bezugssystem dementsprechend gewählt wird, Brennpunkte liegen da und da, und die Zahl L, das ist zweimal Wurzel 2, das stimmt hier auch, denn die Diagonale vom Einheitsquadrat, das ergibt die Quadratwurzel von 2, also ist dieser Abstand hier 2 Wurzel 2, dann kann man gleich durch die Hyperbel-Definition bestimmen, dass die Hyperbel-Gleichung in diesem Bezugssystem ganz einfach die da ist, unsere altbekannte Funktion 1 auf x. Jetzt möchten wir noch die kartesische Gleichung der Tangenten an einem Hyperbel-Punkt bestimmen, und genau das nehmen wir hier in Angriff. Wir haben am Anfang unsere Hyperbel mit den zwei Brennpunkten und das Bezugssystem ist so gewählt worden, dass die kartesische Gleichung so einfach aussieht. Jetzt nehmen wir einen Hyperbel-Punkt und möchten die kartesische Gleichung der Tangenten an diesem Hyperbel-Punkt bestimmen. Dazu zuerst einmal, wenn der Punkt P mit Koordinate MN zu der Hyperbel gehört, dann muss diese Koordinate die Hyperbel-Gleichung erfüllen, was bedeutet, wenn der Punkt zur Hyperbel gehört, dann muss M² auf A² minus N² auf B² gleich 1 sein. Wir lösen diese Gleichung nach N² auf, ist gemacht und jetzt setzen wir noch das Quadrat rechts rüber, das wird dazu Plus Minus Quadratwurzel. Die Wurzel aus B², das ist B, weil B ja streng positiv ist, die Wurzel aus A², das ist A, weil A ja streng positiv ist. Somit bleibt hier noch Plus Minus B auf A mal die Quadratwurzel von dieser Differenz. Wenn wir jetzt noch A links rüber setzen, so wie auch B, dann erhalten wir, dass Plus Minus diese Quadratwurzel dasselbe sein muss wie A mal N geteilt durch B. Halten wir das hier schon mal fest. Wir möchten jetzt die kartesische Gleichung von solch einer Tangenten bestimmen. Wir kennen aber nur die Definition einer Tangenten zu einem Funktionsgrafen. Diese Hyperbel ist aber kein Funktionsgraf. Die Hyperbel besteht aber aus zwei Funktionsgrafen. Machen wir nochmal die Rechnung. Das ist die Hyperbelgleichung, die wir sofort nach Y² auflösen und jetzt setzen wir noch das Quadrat drüber in Form von Plus Minus Quadratwurzel. Und hier erkennen wir genau die zwei Funktionen F1 von X, das ist Plus B auf A mal die Wurzel und F2 von X, das ist Minus B auf A mal die Wurzel. Bei der grünen Funktion erkennen wir, dass alle Y-Werte größer gleich Null sein müssen, denn B und A sind ja streng positiv und eine Quadratwurzel ist immer größer gleich Null. Also der Graph von der Funktion F1, das kann nur der obere Hyperbelteil sein und bei der roten Funktion sind alle Y-Werte kleiner gleich Null. Der Graph der Funktion F2, das kann also nur der untere Hyperbelteil sein. Um die Tangente jetzt zu bestimmen, brauchen wir noch F' von der Absisse des Punktes P, also wir brauchen F' von der Zahl M. Dazu berechnen wir zuerst einmal die Ableitungen der Funktionen F1 und F2. Die beiden Ableitungen berechnen wir aber gleichzeitig. Wir werden diese Funktion jetzt schnell ableiten. Die Konstanten plus minus B auf A, die multiplizieren, fliegen sofort aus der Ableitung raus und dann bleibt noch diese Quadratwurzel abzuleiten. Die Ableitung von solch einer Quadratwurzel, das ist ein Bruch. Im Zähler steht die Ableitung vom Radikanten, das heißt 2x und als Nenner schreiben wir zweimal diese Quadratwurzel, wie sie da stand. Also steht oben vor dem x eine 2 und unten vor der Wurzel auch. Die zwei Zweier sind sofort weggekürzt worden und somit haben wir F' von x für beide Funktionen gleichzeitig gefunden. Also brauchen wir hier drin nur noch x durch M zu ersetzen, da, da und da und somit haben wir F' von M bestimmen können. Plus minus könnte man hier nach unten setzen vor die Wurzel, dann steht hier als Nenner plus minus Quadratwurzel aus M Quadrat minus A Quadrat. Weil der Punkt P mit Koordinate MN aber zu Hyperbel gehört, wissen wir, dass plus minus diese Quadratwurzel, die da unten auftritt, gleich A mal N geteilt durch B sein muss. Also ersetzen wir plus minus diese Wurzel durch A mal N auf B. Genau das wurde hier gemacht und der Bruch wurde dann noch auf einfachere Art geschrieben. Jetzt haben wir alles zur Verfügung, um die kartesische Gleichung der Tangenten zu schreiben. Der Punkt A, F von A, das ist hier der Punkt P mit Koordinate MN und das F' von A aus der Definition, das ist hier die Zahl F' von M, also dieser Bruch. Somit können wir nach dieser Definition die kartesische Gleichung der Tangenten erstellen und jetzt brauchen wir die Definition nicht mehr. Wir werden jetzt diese kartesische Gleichung etwas vereinfachen. Und zwar werden wir die Absisse X mit der Absisse M zusammenschreiben, sowie auch mit der Absisse A, denn wir wissen ja, dass A eigentlich eine Absisse ist. Und die Ordinaten Y, B und N setzen wir auch zusammen. Also werden wir dieses N da wegnehmen, das wird dann links multiplizieren, somit steht links schon mal N mal Y minus N Quadrat und dann wird das Ganze noch durch B Quadrat geteilt. Links steht dann also N Y auf B Quadrat minus N Quadrat auf B Quadrat. Hier rechts bleibt dann nur noch M auf A Quadrat, von dem Bruch da übrig, und diesen Bruch M auf A Quadrat verteilen wir auf diese Klappe. Dann ergibt das M mal X auf A Quadrat minus M im Quadrat auf A Quadrat. Wir erhalten dann also diese Gleichung. Den Y-Term, den setzen wir rechts rüber, damit er jetzt beim X-Term steht, und diesen unabhängigen Term setzen wir links rüber, damit er bei diesem unabhängigen Term steht. Dann sieht das Ganze so aus. Aber hier steht M Quadrat auf A Quadrat gleich N Quadrat auf B Quadrat. Wir wissen aber, dass die Differenz dieser zwei Brüche ganz genau 1 entspricht. Das steht da oben. Das konnten wir schlussfolgern, weil der Punkt mit Koordinate MN ja zur Hyperbel gehört. Also dürfen wir diesen Punkt einfach durch 1 ersetzen und haben somit die Tangentengleichung zur Hyperbel am Punkt mit Koordinate MN genau bestimmen können. Diese kardesische Gleichung der Tangente braucht man aber nicht auswendig zu behalten, wenn man diesen kleinen Trick hier kennt. Man nehme die Hyperbelgleichung, da ist sie, und lasse hier drin X sowie auch Y zweimal erscheinen. X Quadrat ist dasselbe wie X mal X und Y Quadrat ist dasselbe wie Y mal Y. So erscheint X zweimal und Y auch. Und in dieser Gleichung ersetzen wir eins der beiden X durch die Absisse M und eins der beiden Y durch die Ordinate N. So ist gerade gemacht worden und durch diesen kleinen Trick erhalten wir die kardesische Gleichung der Tangente. Noch eine kleine Bemerkung zu dieser kardesischen Gleichung. Dazu nehme ich aber aus der Zeichnung Verschiedenes weg. Hier nehmen wir einen Punkt P mit Koordinate MN in der Ebene, der aber nicht zur Hyperbel gehört. Von diesem Punkt aus konstruieren wir die beiden Tangenten. zur Hyperbel und nennen die zwei Berührungspunkte T1 und T2. Die Gerade T1, T2 nennt man Polare von diesem Punkt P zu dieser Hyperbel H. Für solch einen Punkt P gibt es immer eine Polare, insofern dieser Punkt P nicht selbst zur Hyperbel gehört. Oder außerhalb der Hyperbel Lied, denn da gibt es gar keine zwei Tangenten. Die gibt es nur, wenn der Punkt P sich innerhalb von diesen zwei Hyperbelästen befindet. Die kardesische Gleichung dieser Polaren ist genau dieselbe wie die kardesische Gleichung der Tangenten. Nur muss man natürlich hier berücksichtigen, die Koordinate MN, das ist die Koordinate eines Punktes, der nicht zur Hyperbel gehört. Wogegen da ist die Koordinate MN die eines Hyperbelpunktes. und das ist die Koordinate MN die? Auch das ist die Koordinate MN, die Karte für die Karte. Vielen Dank.